Halli, Hallöchen, da bin ich wieder ein Ranked Gamer dieses Mal. Mir ist gerade eingefallen, ich muss unbedingt, oder dass ich unbedingt noch meine Videos von Twitch auf YouTube explodieren musste. Und so knapp, morgen wäre es abgelaufen. Ich bin mir fast sicher, dass ein Video schon weg ist, auf das die noch Fail. So, wir haben keinen Turbo, wir haben On-Pick. Reaver ist schwer zu holen. Ah, ok. Ne, dann gehe ich auf den Dragon Knight. Auf den Dragon Knight. Wart hin? Next. Next. Your turn to pick. In Wo- Oh. Anrecht. Right. Okay. Oh shit, wie kann man so ein Dinget, wie kann man sowas picken, let's game, let's game, so witsch wir haben beide, vorken, weider, Ah, werf, geißes Safelane mit Duzzle-Arsch und bumm Oh 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 Okay Oh 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 That´s not right Ich hoffe, dass er es refresht, wenn er mich angreift. Warum die ganz Bottle-Charge ist der? Ah, meine Animation ist... Gut, ich werde wohl nicht viel Form bekommen. Das ist ein Schiff-Flamming-Spieer. Oh, 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 oh! Warum ist der so schnell mit seinem Shit-Eirer? Was wird die schnellste Angriffs-Animation haben nach Sniper? Ja. Brennen, sie nehmen regelmäßig Schaden. Wunderbar! Das ist ein Schiff-Flamming-Spieer. Wenn du ein Holt bekommst. Zu gegebener Zeit. Nein! Ah, dangit. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Ich bin ein Versuch wert. Ah! Eine Chance, um meine Arten zu verdienen. Ich bin ein Versuch wert. Ich bin ein Versuch wert. Ich bin ein Versuch wert. Ja, aber ich habe noch keinen Stun. Ja, aber ich habe noch keinen Stun. Niergerlich. Ich bin ein Versuch wert. Ach, wirklich? Ich will vielleicht überleben. Ich bin eine soliden Basis. Was war das denn? Wie kann es denn sein, dass der Spau schnell angreift? Oh, das ist so schön. Mit seinen 2 Drowning Spear Ladungen hält mich schon ganz schön gut runter. Weil ich das noch gut hab, ist der auch noch schneller. Wunderbare Sache. Gerade ist das Haska ein Schiff runtergelebt. Das stimmt noch. Dann sind wir noch schüler, denn gut. Ah, da sind sie alles, ne? Krass. Stimmt, das ist ja noch gar nicht seine Ultimate-Bee, das ist ja... Er verfolgt mich nicht. Nicht? Hä? Er verfolgt mich nicht. So, einen Boot habe ich schon. Und joa, wäre vielleicht nicht die schlechteste Variante. Obwohl ich jetzt einmal Pudge nicht da ist, stelle ich mich einfach erstmal hier. Gerade ab. Zudem ist er ist jetzt Level 6 und könnte mit seinem... Augen auch nicht losgehen. Dann... Sein Expear wieder... und was... ... ... ... ... ... ... I'll note this down for armor. Yes. Shada. Shada, shada, shada. Shada, shada, shada. Shada, shada, shada. Killing spree. Ah, jetzt hat er Dismember, okay. Ja gut, ich hätte ja auch meine Dragonform gerade erst bekommen. Glücklicherweise. Ja gut, er kommt nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine Blademail brauchen würde. Ich weiß nicht, ob ich eine Blademail brauchen würde. Oh, okay. Okay. Ich muss das nicht so weit wegsetzen. Okay, ähm. Gut, aber... Ah, shit man. Ich hab überlebt. Oh, Weaver, naja, das kannst du vergessen. Ach, da ist nicht genug Damage da. Ich hab überlebt. 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 Let's leave on that shit. Ah, ich kann noch nicht. Die Reaktion. Fuck meh. Ahhhh, shit man. Ah... Das ist jetzt schon ordentlich aufgestiegen. Fünfmal gestorben, hat dafür aber zehn Kills. Das müsste geändert werden. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt den Drachen benutzen müssen, das hätte ich jetzt machen können. Oh, nicht gut. Ah, shit, ich bin am Arsch. Ah, 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 ah. Of course. I need no steel. In dem Fall, wenn er das auch. Higher, Anna. The dragon wakes. Dang, er ist raus. Weiter laufen sollen. What? What? Ich brauche die Schäuze! Ich brauche die Schäuze! Enammer's top tower destroyed! Das will teach them to defend... ...to build! ...to obliterate their homes... ...defeiert... ...to build! Ah also! Den Boitt kaputt! Mhh. Oh, wasser? Oh, wir kommen nicht wirklich raus. Oh Gott, das war das Einzige. 2016 war nicht schlecht 277 ok bin ich öfter gestorben als ich geholfen habe also ich glaube da jetzt im entkommen das ist ein das ist Ohhhh Das ist auch geil Upsa Upsa The dragon waits Who caused the enemy's bottom tower is falling You can't go Uh That's a bit of all right Yes Who caused the enemy's bottom tower Hahahaha Freshman Ups Radiant and 45 powers Ich weiß, was er ist. Schiit, du bist tot! Das ist nicht meine Dragonform. Amper! Hatte der echt nix? Wir brauchen Stunt für den blöden Mann. Ich würde das nicht kapieren würden. Und wie sie sehen... Nix von der... Monkey King Bar, oh Gott. Oh, das war's. Ah, shit. Shit, Mann. Nein. Nein, dang it. Ich hätte mich unnichtbar machen sollen. Ich glaube, ich habe aber die falsche Taste gedrückt. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, ich hab's nicht da. Kommt davon, wenn wir... irgendwie nicht misbrauchen. Gießt, Mann. Aber auch noch. Wir warten noch zuerst nicht in der Kimmelblad. Ja, ich bin. Da wird irgendwo hier sichtbar. Ah, dang it. Ah, okay. Nein, ah, got it, got it. Oh, oh. Oh, oh. It. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Und kann sie uns noch nicht zerlegen, das ist recht praktisch. Was heißt das? Irgendwo, ich kann ja mal behaupten, die Folgen geben. Bin ich bei diesem Fest raus drauf getroffen? Reaver ist da. Doch! Er ist da! Da. Aska, Aska. Jaaaa, aber noch mal. Schaden? Schade Schaden wäre besser Schaden 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 Okay Er schießt eigentlich ab Oh, der Korea. Hm? Wir vermissen wir mit mehr. Was kommt? Hey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Shit, 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 shit. Film rewards. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hab ein Celebarg. Erstmal... ...forschen auf dem Weg mehr. Nein! Das ist jetzt nicht ein Problem. Ja. Nur ein Level 25. Die Dinger ist Level 25. Ich hab so verloren. Ich weiß nicht, was wir immer noch machen. Ah, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Wir haben maximal 1000 Gebäude Damage, das haben wir im Maximum. Das waren alles die Creeps. Groß angefangen, groß verloren. So ungefähr. Bullshit. Bullshit. Na gut. Ich muss jetzt erstmal weg. Ich sollte aber heute Abend wieder da sein. Hoffentlich bis nachher. Ciao.